Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bist du das, siehst, Laura? Schreie meine Hand. Einige. Sprichtle. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Kamera kann ich steuern, das kann ich steuern. Der Weg führt den Berg auf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay. Lass uns vorsichtig sein. So, darf ich jetzt? So, damit ein herzlicher Willkommen. So eine kleine Angestellte. Das weiß ich nicht, was es wird. Endlich ist es soweit. Neue Tomb Raider ist für den PC verfügbar. Selbst wenn wir hier nichts finden, dein Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, ich halte einfach die Klappe. Na, wie gesagt. Neue Tomb Raider ist jetzt für eine einige Zeit schon für den PC verfügbar. Vielleicht hat er den Hallöchen, den letzten Teil auch schon, Let's Play davon gemacht hat, dachte ich mir. Test war doch einfach mal, wie es jetzt hier mitläuft. Mal gucken, ob das man euch dann mitmacht. Wenn es gut läuft, werde ich es komplett explayen. Wenn es nicht so gut ist, werde ich es angespielt. Oder ich falle einfach auf die Fressels. Ah, nee. Oh Gott, Quicktab events. Alter, ich hasse es, dass ihr Quicktime-Dinger. Kann ich jetzt noch rüberhippen? Anscheinend. Alter, Quicktime-Dinger. So, wie gesagt. Ich teste jetzt einfach mal an, ob es läuft. Wenn man einen Rechner mitmacht. Erkletterbare Wände, das da. Habe ich meinen Haken schon? Ich glaube schon. Nee. Ich werde mir jetzt auch gleich wieder sagen, so eine Scheiße. Irgendwas kommt runtergeflogen und ich freue mich dann erst mal auf die Fresselung. Ich muss rüberspringen. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Hab dich. Ich drücke aus Prinzip schnell, aber einfach die E-Tastung. Ja, ich spiele von Tastatoren aus. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Ja. Bist du okay? Ja auch. Ja. Los, komm. 50 EP, 100 Bärchen. Da müssen wir wohl durch. Ein bisschen umgucken hier. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Pferden, Leser gibt es nur Ihnen in diesen Bergen. Kamerasteuerung. Twitter. Ist doch schön, dass hier so eine manche läuft. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch sein Gott verlassenen Ort aussuchen. Hallöchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Trinity? Der Sturm kommt daher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Ja, dann... Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Nicht vorgehen. Ich weiß, dass gleich wieder was passieren wird. Kamera schwenkt und... Kein Quick. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Ich hoffe, dass das mit dem Sound nur einigermaßen passt. Ich konnte nicht wirklich einen Test machen. Es scheint recht stabil zu sein. Aber bleibt nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Nee. Hegen wir los. Wehe. Okay. Auch echt? Können wir die Kamera wieder so ein bisschen drehen? Oder nicht? Alter. Oh, scheiße. Das war knapp. Ja, hopp. Wow, wow, wow. Achso, darüber. Jetzt? Runter? Wo? Hoch. Ja. Die Kamera hier ist nicht für... Ah. Ah. Ich bin dein Anker. Schaffst du's rüber? Ich schaffe das. Du schaffst das. BANZEI! Ach du Scheiße. Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe. Bleib da. Ich mach für dich ein Seil oben fest. Okay, so sag ich so die E-Taste, Herr Benman, ist mir egal. Was ist das? Du hast es geschafft, Dara! Du packst es! Wo? Schon mal mehr, dass ich... schön Angst hab. Jonah! Wir haben es geschafft! Ich seh die Ruinen! Oh Gott! Oh Gott! Ich glaub, der kann dir da nicht helfen. Halt DICH FEST! Oh Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Das Pfeifen ist eh gekocht! Lara! Kannst du mich hören? Ja! Ich zieh dich wieder rauf! Oh fuck! Oh fuck, ja genau. Da! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Schwing! Los geht's! Und nochmal zurück! Wow! Schwing! Schwing! Oh fuck! Jetzt! Banzai! Ich bin gleich tot! Ich lebe! Lauf! Scheiße! Schwing dich! Schlepper verdampft! Ich zeige dir! Ich such dir Schutz! Na jetzt kommt so ne Scheiße Checkpoint? Irgendwie sowas? Wow! Wo 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 wo! Alter! Oh meine Fresse! Hüpf! 2 Hüpf! Ich kann auch was hier machen wirklich Oh das war glaube ich blöd Das war sehr blöd Oh meine Goethe Die Steuerung ist fast so beschissen wie in der Assassin's Creed Wo 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 wo! Uiuiuiuiui! Oh oh! Das war... Falsch! Bin zu früh gesprungen Oh Gott! Oh Gott! Erstmal mit der Steuerung hier ein bisschen klarkommen Oh Gott! Ich soll vielleicht nicht so viel springen! Oh das war schon wieder falsch Oh 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 oh! Halt dich fest! Halt dich fest! Gutes Mädchen Alter Falter Naja Na hier verspringen wir dich nix! So bekommen wir jetzt vielleicht mal irgendwie so ein Intro Video das wir müssen rum wir hier sind Ah! Zwei Wochen zuvor Also dann! Bis gleich! Es ist die größte Grausamkeit des Lebens Dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden Wir altern Wir verfallen Wir sterben Ach Aber was lassen wir zurück? Knochen Staub Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube sie tut das Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit Sie ist nicht wissenschaftlich Sondern etwas viel Tieferes Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden Aber Nicht nur ich allein bin auf der Suche Sie verfolgen mich Beobachten jeden meiner Schritte Ich kenne jetzt ihren Namen Trinity Eine uralte grausame Sekte Die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna Dann könnte ich mir das nie verzeihen Ich muss sehr vorsichtig sein Nichts Aber Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das gerade gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... ...verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso ähn bist wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein. Das ist Irrsinn. Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe etwas gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das gefühlt euch raus. Nur die örtliche Weg. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die, die haben besser bezahlt. Sie, was? Oh, großer Gott. Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit, shit. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Man könnte hier aber so einen shit-and-fuck-Konto einbauen. Ich glaube, das wird noch etwas passieren. Ja. Die kann da ja echt leid tun, ey. Und Westgrenze Syrien. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Okay. Aber, ob es wirklich hier ist, sehen wir entweder in der nächsten Folge, oder ihr müsst euch das Spielzell überholen. Mal gucken. Also, haut rein. Mal gucken. Vielen Dank.